Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Heute an diesem 20. April 2024 starte ich mit einem MeToo-Straftäter, der mir mein Leben komplett verbaut hat. Herr Günther Behlitz, der Freund und der Auftraggeber dieser absolut unfassbaren Theaterintrige von Münster, der seine ehemalige Mitarbeiterin Katharina Kostolmein nachweislich instruiert hat, mich zu quälen, mich unglaubwürdig zu machen, mir weiterhin mein Leben zu zerstören und zu zerbauen. Das sind illustre Angestellte, ehemalige Gäste, wie Sie sehen, sehr bekannte Gesichter, deutsche SchauspielerInnen, österreichische, hier ist Herr Mario Adolf, Sie kennen wahrscheinlich die meisten, die Adele Neubauer vom Tatort Wien, die hatte Herr Behlitz alle versammelt. Hier ist Herr Konstantin Wecker. Ich habe viele dieser SchauspielerInnen persönlich angeschrieben, nachdem ich dann hier, nachdem ich dann den Leiter, den Besitzer vom Ronacher Hotel in Bad Gastein, das ist im Spital, genau, angeschrieben, angerufen habe und dann wurde mir natürlich versichert, es wird sofort was gemacht, der Herr Goethe Behlitz, das war, wir reden hier von 2021, nachdem ich diesen Kerl angezeigt habe. Und glaubt mir, es war nicht einfach, diese Wahrheit rauszubrüllen. Das musste ich tun, ich habe auch die ganzen Zeitungen angeschrieben und die wenigsten haben sich zurückgemeldet, anscheinend wusste man das, ich bin mir nicht sicher. Aber ich will euch jetzt zeigen, was dieser Mann zerstört hat. Ich hatte eine wunderbare laufende Karriere, ich habe zum Beispiel hier den Pumucke gespielt, da. Das war, das ist der Flyer. Nur, dass ihr seht, da habe ich mit dem Ossi Eckmüller, der den Meister Eder gespielt hat, habe ich, der ist mittlerweile auch schon gestorben, Helena Lustiger hat die Bärbel gespielt, die war auch mit auf meiner Schauspielschule damals. Also, hier ist ein Foto, Frau Carola von Seckendorf, stellen Sie sich meine Haare so rot vor wie Ihre. Ja, das war ein wunderbarer Erfolg, wenn du mal vor 500, 600, 700 schreienden Kindern spielst, dann weißt du, was Theater ist, Herr Schweiger. Das würden Sie wahrscheinlich nie über die Bühne bringen, sowas mit Ihrer Nuschlei, könnte man sie eh keiner verstehen. Hier ist zum Beispiel das Leben des Galilä, Dominik Horwitz, Brigitte Janner, Tobias Moretti, Heini Göbel, Herbert Rom. Das sind Namen, Miroslav Nemec, der immer noch im Tatort München spielt, Gerd Anthorff und, 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 und. Ja, da, da war ich noch damals Siegfried Schmidt. Erwin Faber ist ein persönlicher Freund von Bertolt Brecht gewesen, dem, den habe ich assistiert. Begleiter, das ist der alte, ist also mein Pendant zu der Name der Rose gewesen. Ich hatte den Tonsur, Obermeier ist auch schon tot. Ja, Stefan Gubser, auch ein Tatort Kommissar aus der Schweiz. So, Inszenierung Peter Löscher. Über Peter Löscher haben Sie in einem anderen Video, habt ihr das gehört, habe ich, kenne ich ja hier in anderen. Das ist, wie gesagt, diese ganzen Sachen, ja, das ist meine, sind meine Beweise dafür, dass ich kein Fuck-up oder irgendwie ein Irrer bin. Also, drunter sind noch meine Beweise hier für diese Zugehörigkeit zu den, zu den Pfadfindern. DPSG St. Josef, da habe ich meine Eltern, das ist meine Handschrift. Hallo, ihr Lieben, bei uns gießt es in Strömen, aber es ist Ruhe. Die Leute sind auch sehr nett und mit der Währung komme ich auch zurecht. Da bin ich in Dudelange gewesen, hier in Luxemburg. Und das ist kein Scheiß, das passt zu dem heutigen Tag. Da bin ich mit zwei anderen Nachbarn, also mit zwei anderen jungen Wölflingen-Pfadfindern, waren wir im Schlachthof, um eben irgendwie so Kuhhörner zu kriegen, die auszukochen. Und da kommen drei alte Kerle aus diesem Ort, drei alte Männer, bauen sich vor mir auf, strecken den Arm in die Höhe und gucken mir ins Gesicht. Nicht den anderen Kindern, nur mir und rufen ganz laut, Heil Hitler, ich schwöre euch. Das ist eine wahre Geschichte, die habe ich nie vergessen. Wie alt war ich da? Elf? Das ist Horror. Hier ist meine Herrengarderoben-Karte vom bayerischen Schauspiel. Mark Bellinghaus, da habe ich meinen Namen schon umgenannt gehabt, 85, Juli 89. Das ist ein Beweis dafür, dass ich noch am Residenztheater war in diesen ganzen Jahren und dass ich eben von Herrn Beelitz in übelster Weise angegangen wurde. Und zwar richtig, richtig hinterlistig, gemein und verachtenswert. Dieser Mann hat sich jetzt über Kostolmein gerührt. Das ist ganz klar und für jeden Richter auch absolut nachvollziehbar, weil dieser Mann rausgeflogen ist von seinem letzten Intendantenjob. Und was macht er? Er sind nach Rache, ist doch ganz klar. Ja, hier Leute, ich war eingeladen 1989 als Teilnehmer internationales Forum junger Bühnenangehöriger. Das hat dieses Schwein Beelitz mir alles kaputt gemacht. Ja, hier ist die Liste. Da sind zum Beispiel, hier, da oben bin ich, Mark Bellinghaus. So, da sind viele aus denen was geworden ist, manche kennt man nicht. Aber einer ist mir ganz aufgefallen, als ich das heute angeschaut habe. Guckt euch mal diesen Jungen an. Wer ist das? Das ist Barry Koski. Das ist einer meiner größten, also ich finde den genial als Opernregisseur. Der ist ja auch in Berlin, komische Oper Berlin und so weiter. Und da war ich in diesem Kurs und Jahrgang war ich dabei. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich mit Herrn Koski, ich wusste das gar nicht mehr, Ich werde mich aber bei ihm melden über ein Gemeinschaftsprojekt, was natürlich mit meinem Opa zu tun hat. Weil nur so, nur so kann man diese ganzen Irren, die sich hier zusammentun, weil ich überhaupt nichts dafür kann, von wem ich abstamme. Und das passt heute zu diesem Tag ganz besonders. Und das ist jetzt hier ein anderer Wind weht in Münster. Das könnt ihr einfach daran sehen, dass ich diesen befangenen Richter Benjamin Kühnet bei dem Präsidenten des Landgerichts Münster viermal als befangen erklärt habe. Aus verständlichen Gründen, ich habe ja auch die Beweise dazu geliefert. Und was macht Herr Schambert? Er stellt es alles ein. Und jetzt kam in der Sache 135F466024 kam eine ganz tolle Antwort. Hier auch so ein horrorgelber Brief. Wenn ihr diese gelben Briefe bekommt, da geht einem schon mal die Muffe. Ich habe an einem Tag sechs davon bekommen. Am 21.02.2021, das weiß ich noch. Da haben die mir doch tatsächlich sechs von diesen scheiß Briefen da rangehetzt. Und das ist unfassbar, was sie hier gemacht haben. So, und dann hat eben diese Richterin, die dann entscheiden wird über diesen Gewaltschutzantrag, den ich gegen diesen Irren da gestellt habe, wird geschrieben am Schluss, es wird festgestellt, dass der Richter am Amtsgericht Dr. Grubelny befangen ist. Na also, es geht doch. Langsam wachen die Leute auf. Und das ist eine persönliche Message an die drei Richter, die mich hier am 17.04., meinem siebten Geburtstag, weil das genau sieben Jahre nachdem ich überfallen wurde und fast tot gestochen wurde, ist eine Message, weil ich nehme das nicht hin, wenn sie diese Sache ablehnen, wenn sie einem Theater, was kriminell, nachweislich kriminell gehandelt hat, wenn sie diesen Schweinen auch noch Recht geben und diese einfallige Verfügung aufrechterhalten, ich gehe bis zum allerhöchsten Gericht. Und wenn ich bis zum Menschenrechtsgericht ziehen muss, nach Straßburg oder wo auch immer sich das befindet, ich mache ihre Verarsche nicht länger mit. Sie quälen einen Missbrauchsopfer der Kirchen, einen Opfer von vier MeToo-Straftätern und sie schämen sich noch nicht mal Richter, Vorsitzender Richter Dr. Stenner und die Kollegen. Das geht nicht. Sie hätten sofort mir Recht geben können. Sie wissen das ganz genau, was hier abgeht. Ich kann überhaupt nichts für meinen Opa oder meine Oma. Dafür kann ich nichts. Das wissen sie. Und insofern fordere ich an diesem 135. Geburtstag von Adolf Hitler, Sie wissen ganz genau, wer das ist. Es wurde mir ja auch schon bestätigt von vielerlei Seiten, auch sogar von der Justiz. Erwarte ich, dass Sie endlich aufhören mit diesem Unrecht. Danke.